Auf ein neues Bein, Let's Play, Bogmer, Brotin, Brot, Sven, Zwanzisch, hallo! Hallo! Wir haben eine kleine Pause gemacht, aber ihr werdet das nie merken. Die Parts kommen nämlich ganz toll. Welcher Part ist das? Kannst du... Ach, das bist du gar nicht! Was macht die so ein bisschen rot hier? Ich will mich einfach nachmachen. Aber... Junge, der Typ fragt... Äh, ich hab eben gedacht, du warst das. Irgendwer fragt mich die ganze Zeit, ob ich handeln will. Ich will nicht handeln. Wir sind bei Part 22, meine Freunde. Und deswegen werden wir jetzt... Weil wir jetzt verpasst haben... Kämpfen. Ey, ich hab das gerade gemacht. Diesmal bin ich drin. Und ja, warum wir so oft vergessen, dass ich... Ich auch nicht, das ist einfach... Floriii! Ich werd einfach nicht jünger. Ich glaub, du den auch ganz vorne hast. Ja. Na gut, gerne. Guck mal gerne ein Spiel, das spielte ich auch. Ey, was hast du denn für Attacken? Das ist die Frage der Fragen, mein Freund. Ich muss bestimmt auch eine Elektro-Attacke. Wenn du was schon sagst, dir fällt nichts anderes ein, was du haben könntest. Doch fliegen, oh ne. Was hab ich noch... Tja... Hä, aber fliegen wäre doch egal gewesen gegen den. Neutral. Oh, kennst du's... Fliegen... Flug gegen Flug ist doch neutral. Ja und? Oh, ich hab gedacht das was effektives. Ne, du darfst den nicht nutzen. Das ist unfair. Schön. Du musst den sterben lassen jetzt. Darfst du denn ein anderes Pokémon auch nicht benutzen? Egal für was. Ne, ich benutze es nicht. Ich kann den aber nicht sterben lassen. Dann... Kann dich nicht angreifen. Als ob. Ich hab Akbar Knarzer, Schneider, Zertrimmerer oder Walzer. Mach einfach, ich werde eh schneller sein wahrscheinlich. Was hat denn am wenigsten Stärke? Ich hätte den... Der Schneider... Oder Trimmerer am wenigsten. Ach, ich verliere doch eh. Ich wollte eigentlich optimistisch sein. Aber noch ist mein Team so... So gar nicht gut. Du hast wenigstens schon vier Teamgekrieger. Ich hab nur drei. Qualität, Komfort, Quantität mein Freund. Da ist er ja. Ach Valoni, wir haben... Letztes Mal wo wir zusammen geredet haben, die eine Folge geguckt wo Valoni drin war. Von... Bin super. Aua. Lass mich doch jetzt wenigstens noch angreifen. Ich hatte eben gedacht, dass du die Attacke hast. Nein, ich hab keine Attacke. Und deswegen bin ich weggegangen. Gestein, du hast nämlich doch... Ach du Arsch. Ja, aber das war nicht der Plan. Oh, das hat das reicht. Okay, der war voll drauf auf. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Los komm schon, sag mal ein stärkerer Treffer bitte. Nein, aber ich hab doch so viel kaputt. Oh, ich glaube du bist zu leise, Flo. Nein, ich hab mich noch höher gestellt bei mir in der Aufnahme. Wo ist denn mein Rädchen? Wo ist denn mein Rädchen? Hier ist mein Rädchen. Es ist ein bisschen schneller bis als ich. Mein Rädchen war voller Pulle. Okay, dann... Gute Nacht, Togetic. Der Togetic hat noch keinen Spitznamen, das ist nicht gut. Warum, Flo? Der kann doch jetzt eh nichts mehr machen. Doch, ich werde was machen. Ganz viel mache ich. Wow. Fuck. Ja, jetzt bist du mit Sicherheit schneller. Oh! Finalschlag, wenigstens. Ach, wenn jetzt endlich mal eins getötet, uff. Ja, ich hab dich noch gar nicht getötet, tu nicht so, du. Nein, ich meine, in den letzten Kämpfen hab ich nie eins von dir besiegt. Hm, das kann doch mal gut sein. Ja, auf jeden Fall. Was hätte ich nicht machen, der auf mich wusste, dass du jetzt nicht... Warum versuch ich's überhaupt? War doch klar. Warum bist du schneller? Oh, wenigstens. Wie kann denn das jetzt sein? Ich hab mich ja auch mehr als gewundert. Okay, du bist ententwickelt. Okay. Ja, trotzdem. Mach jetzt. Ach, Curlyer, du bist doch schneller auf. Glaub ich nicht. Windigkeit, Alter. Aber keine gute, eh nicht. Ach, das überlebst du doch eh nicht. Werke hatten darf. Ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht hin. Werke 60. Ich guck nicht hin. Naja, Stärke 100 im Step ist, glaub ich, besser. Und bitte überlebe. Nein. Ach, schön. Mein Tod ist Curlyer. Okay, damit hab ich, glaub ich, schon wieder gewonnen. Jetzt das ganze, glaub ich, nichts mehr machen. Ich hab wieder jetzt eins, ein Teil der Erfolg. 4-0 wird's sein. Ein armes Balloni. Oder hab ich noch was? Hab ich vielleicht doch noch was? Naja, kleine beiden Teammitglieder sind nicht sehr effektiv gegen mich. Und ich bin effektiv gegen dich. Also an und für sich nicht, aber tot. Als ob nicht immer war das jetzt dreimal. Ja, gut. Ja, denn du hast was gecheatet und hast deinem irgendwie doch einen Ballon gegeben. Hey, das mach ich nicht. Das wollte ich niemals machen. Ernst, baby. Wenn du jetzt einen Ballon hast, dann... Bin ich jetzt wenigstens schneller. Also wenn ich jetzt nicht schneller bin, dann gibt's gleich einen Freakout. Okay. Also ich hätt den bisschen wieder aufgeregt. Ich hätt jetzt vielleicht noch... Guck gleich mal was für eine Init dein... Was war das? Ist das denn Pokémon überhaupt? Tugelcheck, glaub ich. Ich hätt jetzt... Guck mal was der für eine Init hat. Ach, das kommt ja noch an. Ja, warte mal. Sag mir, was du für eine ist. Nee, ich hab dich zuerst gefragt. Nein, wenn du dann nachsagen willst. Hallo, wo ist denn das jetzt? Hä? Probentlich hast du eins weniger, dann weißt du mal, wie das ist. Okay, das ist doch nicht so schnell. 43. Na, 55. Ja, das ist dein, natürlich. Weißt du noch bei unserem... Äh, bei Pokémon... Du willst mir wieder was anhängen, weil ich so böse war. Nach, Bob. Das weiß ich noch ganz genau. Da hatte ich weiß mehr welches Pokémon das war. Ach, wie schön. Doch, dein Arcani hatte einen Init-Punkt mehr als irgendein Vieh von mir. Und deswegen hast du nur gewonnen. Nur weil du overleveled warst. Du hast hier doch irgendwen angesprochen. Den hier, der hat dir irgendwas gegeben noch beim letzten Mal. Irgendwer hat mir irgendwas gegeben, ja. Das mag wohl sein. Nein, dieses... Du sagst zu oft extravagant. Komm, wir gucken was hier für ein Item ist. Oh, sie will campen. Lass mich meine Technik durchführen. Führen. Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Führen hat Cindy. Führen, was wollte ich noch sagen? Belastend. Jetzt steht... Wie war denn dein Tag heute? Naja... Ich sag mal so... Was mit den Themen macht... Vergessen wir nicht. Aber mein Tag war sehr... Eintönig, sag ich mal. Weil ich das jetzt die ganzen nächsten Wochen machen werde. Genau so. Weil ich für die Uni erstens eine Hausarbeit schreiben muss. Die schreibe ich dann im März. Und bis dahin schreibe ich ein Portfolio, wo ich jetzt schon dran bin. Auf Seite 4. Und das soll mindestens 10 Seiten machen. Mein Tag war auch richtig spaßig. Ja... Ich hab ne neue Aufgabe gekriegt jetzt bei... Arbeit, Praktikum, wie auch immer. Und ich muss irgendwie... Äh... CMS, weißt du bestimmt was es ist, ne? Content Management Systeme für Webseiten. Eindeutig. Womit du die halt machst. Ich hab jetzt gedacht, das wär so ne Abkürtung von so einem neuen Pauker von Ektorn jetzt. Nein. Zumindest hab ich da irgendwie 60 Stück. Plus ne riesige Tabelle. Und da muss ich halt die Vor- und Nachteile und... Was kann das? Was kann das nicht? Kostet das was? Und alles mögliche. Recherchieren. Und das wird mich jetzt auch erst mal ein paar Wochen aufhalten. Ich mag Aero als nicht. Nicht noch nach oben. Noch nicht nach oben. Irgendein Lippchen am Haus. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich... War man da nicht drin? Warte ich, dieses Kampfcafé-Ding? Schritt-Haus-Fußabdruck-Ding. Oder kämpft. In dem Haus waren wir doch, oder? Äh... Nee. War das nicht das Haus, wo alle kämpfen wollten? Nein, nein, nein. Das war Wachs. Das war ein Kfé. In dem Haus gibt's, glaube ich, soweit ich weiß, wenn es in dieser Version des Spiels auch vorhanden ist, den Schrittzähler für irgendeinen Puckage. Da können sie einen Schritt zählen, wenn es das ja gab. Krass. 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 Oh, ich sollte grad sagen, bald krieg ich neue Entwicklungen. Aber nee, krieg ich nicht. Karadus. Wie lange dauert es, bis ich nächstes Teammitglied kriege? Na ja, das kommt drauf an, wo du's fängst. In der nächsten Stadt gibt's einen Moor, da kannst du's fangen. Und auf der nächsten Route kannst du's fangen. Nach der Stadt. Oh! Dasselbe oder zwei verschiedene? Dasselbe? Und das andere Teammitglied kannst du dann, nachdem du den Surfer bekommen hast, das man ja bekommt nach der nächsten Route. Boah, schön. Und das allerletzte Devil in meinem App bekommen. Okay, da warte ich glaub ich welches du meinst. Toll. Äh, warte mal. Hä? Ich hab jetzt einen Pokémon komplett vergessen, dass ich einen Team hab. Hä? Das war was. Äh. Nee, die Typen kann ich eigentlich nicht sehen. Äh. Ich hab's ja viele Tipps geben, aber das... Warte, ich guck aber nach. Ich hab mein Handy neben mir dienen. Hä? Das ist zu lang her. Ich weiß zwei... Einen Pokémon hab ich grad komplett... Gibt's denn jetzt hier was? Boah, diese Funktion ist nicht eingebaut. Du bist doch... So. Und irgendwie ist in dem Mülleimer nie was drin. Hä? Ah! Geil. Das Moor-Pokémon hatte ich vergessen. Hier gibt's ja nur Honigbogen. So wie? Ja, das Moorbogen. Ja, das Moorbogen. Ja, reagier mal. Auch hier gibt's das andere Chalellos. Das Blaue, das mit irgendwas... Ich... Das ist nicht schöner. Mehr mag ich auch. Das ist viel süßer. Aber ich hatte das Rote mal im Team, weil es das Blaue im Mund glaub ich nicht gibt. Ja, gut, süß find ich's jetzt nicht. Aber ich find's hübsch. Genau. Hier unten gibt's nichts. Jetzt sind wir in Weideburg. Oh, schön. Kann ich schon auf die nächste Route gehen? Nee. Aber das machen wir schon mal nicht. Weil vor allem... Der Attacken-Erinnerer, den brauch ich hier. Der ist... Oh, der hat so was vom Großmoor gesagt und ich will dahin. Der Attacken-Erinnerer ist ganz wichtig für mich. Für zwei Pokémon. Für mich auch, weil... Meine nächsten Teammitglieder lernen kaum Attacken... Ich hab ne Pannflammenmaske erhalten. Äh... Das brauch ich jetzt nur wirklich nicht. Lern kaum Attacken... Äh... Vom eigenen Typ. Was ist der hier? Falls du's haben willst, wenn du ins Dorf reinkommst, das ist weit mit dem pinken Schirm. Ich geh erstmal kurz wieder in ein paar Häuser rein und guck mal, was die so wollen. Wie gesagt, da oben ist der große Moor. Weiß nicht, ob mein erster hin muss, aber wo kommt der beste Arena? Hier kann man surfen, natürlich kann man das nicht. Der Pokémon. Die Flugtrenke hat man denn hier. Sech... Ich hab genug. Okay. Was ist das Haus da oben, das große? Da gehen wir noch nicht hin. Das ist der Großmoor. Kann man auf die nächste Route gehen? Ich möchte da aber hin! Abwarten, mein Gott, abwarten. Was ist ein Klauen? Hier könnte ich theoretisch auch schon hin und meinen Funkelstein holen. Und meinen Pokémon entwickeln. Warte mal. Okay, dann darfst du zum Großmoor und ich darf meinen Pokémon entwickeln. Dann sind wir... Ja, nee, das ist... Nee, lass... Naja... Wo ist denn dein... Ja, wo ist denn dein Funkelstein? Ja, hier... Ich habe gelesen, in dem ersten Abteil... Von der nächsten Route irgendwo in dem... So ein Teil... Ja, dann lass uns jetzt... Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier raus aus der Stadt, aber wir gehen erst mal ins Großmoor. Hier, hier... Oh cool, ich wollte schon... Ich wollte gerade sagen, dann lass erst deinen Funkelstein holen. Wir gehen aber nur so weit, bis du ihn hast. Ja, okay, dann machen wir das doch. Ist okay. Mein Gott, mein Papa drillt. Ach man, ich wollte aber hier noch in die Häuser rein. Kannst du auch noch mal... Ja, du... Aber guck mal, wie das bei Pokewiki stand. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil hier kann man mit dem Fahrrad nicht durch. Und das ist die Verbindung mit Herzhofen hier. Aber irgendwo muss das hier sein. Irgendwo hier drin. In dem... Hier irgendwo muss das umgehen. Äh... Da will mir wer eine Attacke beibringen. Das ist nicht klar. Mit Herzschutten. Mit Herzschutten. Jetzt dachte ich, dass wir der Funkelstein... Hier muss er auch wo sein? Oh... Überball. Och, leck mich doch. Was heißt ein Disembark? Was für ein Ding? Äh, mit diesem einen... Hier am Wasser nicht redend. Wo bist du gerade? Nach in der Stadt. Okay, bleib. Nicht auf die Route. Hier, wie gesagt, bleib nur bei diesem Ding. Hier muss der Stein irgendwo sein. Der eine Typ... Ich hab mich... Ich bin jetzt nämlich gerade... Ich hätte gerade fast verkackt und zerrichtet. Was machst du denn gerade? Ich bin gerade fast nach Kanto gefahren. Punkerstein! Ich hab ihn! Wir haben eine Entwicklung, meine Freunde! Äh... 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 Okay, das... Ich war noch nicht auf der Route drauf. Ich hab nur mit keinem gekämpft und keinen Pokémon gesehen. Meine Chiari-Behre hab ich noch gekriegt. Ist das jetzt der richtige Schuss? Wenn man die also ausspricht. Es war zu Kalabladi endlich! Hihi! Auf zum Großmoor! Hui! Ein weiteres... voll entwickeltes Teammitglied! Ich guck kurz, ob ich Bälle hab. Nein, hab ich nicht. Gut. Ein Hyperball und ein Pogeball. Hier bringe ich gleich ne schöne Attacke bei. Oh, ich würd's aber jetzt aufwärmen. Äh... Das wollte ich jetzt für mich hier holen. Danke, Google. Noch da? Ein paar Flakbälle kaufen. Nein! Du brauchst da eh keine... No! Wow, ja! Stimmt! Da kriegst du mir so einfach Hilfe. Jetzt hab ich mir welche gekauft. Wo war jetzt dieser Typ? Wer? Ja. Ja, genau. War so hier? Äh, ja, ja, ja. Nein! Ist der wo? Komm raus! Ja, ja, nee! Hier kriegt ne Schuhgebeere! 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 Hier! Ach, voll gegen Stein! Wo ist mein Rad? Ist da was auf dem Stein? Boah! Ist das jetzt zu schweres? Nein, das ist genau das andere. Wow! Hm! Puh! Ja, hier! Ach, stimmt! Kann ich das noch vergessen? Ja, ist okay. Ich hab nur zwei Herzöcken. Genau für die Attacke, die ich brauche. Vielleicht... Haha! Explosion! Genau! Die kannst du gerne hinterlassen! Wo ist das Ding? Nein, der lernt doch die Attacke noch! Nein, ich muss sie auch beibringen! Wie? Ich kann dem Schuhattacken beibringen, die er noch gar nicht beinahe! Oh! Ich hab jetzt auch schon mehrere Ratzadaten die ich auf jeden Fall haben will. Oh, ich muss mich doch deppern! Bist du physisch? Ich koste drei! Nee, das ist jetzt erstmal wichtig. Oh, nein. Warum kostet das denn zwei? Okay, aber für das dürfen wir die Herzschimme uns kaufen, oder? Können wir das schon machen? Ja, jetzt können wir sowieso schon machen. Ich gucke mal nach. Ab der vierten Arena. Das ist bestimmt übel teuer. Herz. Nee, ich muss ja... Gegenstände. Oh, ja, das ist gar nicht so teuer. Herzschlop, 13 Stück für 5.900. Oder 18 Stück für... Oder 40 Stück? Nein, ich glaube, du kannst es 40 Mal kaufen, nicht 40 auf einmal. Da steht Menge. Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Ja, nee, du drückst einmal drauf, da steht ja, wie viele willst du haben. Das ist ja das Billigste, 5.800. Äh, 40, 5.000 Euro, die habe ich hier gekauft. Wie viel kann ich denn kaufen? Acht Stück? Acht mal fünf ist so viel. Fünf mal... 25? 25? Ich kaufe mal vier. Ich kaufe 23.000 Euro. Oh, ja. So oft. Machen wir mal ein paar Attacken. Ein paar Attacken, oder? Oh, ich habe jetzt noch 87 Pokédole. Oh, kann ich dich nicht... Mal einsprechen. Blöder. Ich kann jetzt nichts mehr lernen. Drei Herzschuppen. Ach nee. Achso, weil ich keine Herzschuppen habe. Ich muss erstmal bei den Briefkassen gucken. Ich glaub blöd. Bestimmt. Beinspruchen. Wie? You can't? Oh, ich muss zum PC gehen. Ich hab's gesagt. Oh nein. Warum kosten die denn so viel? Jetzt geht doch mal Hushijaru. Global Dreadling. Prost. Oh, das ist so nervig. Ich hab Fleisch zwischen den Zähnen. Das nervt. Ah, die Vorstellung. Ah. Hm. Herzschuppen. Nee, nicht Traumpels. Hä, ich geb hey einen. Wo sind meine Dinger? Im PC. Du musst das annehmen. Nach Post. Ja. Nee, das ist zu teuer. Dann kauf ich halt nur eine, wenn du jetzt wirst. Warum hört man jetzt nicht erst Pokémon-Santers 7? Häh, welches Stopp? Ich hab 7 Herzschirken. Als ob du dir jetzt so viele kaufen konntest. Achso ich hab auch 7, ich hab 2 ausgegeben schon. Ja, das Problem ist... Mindestens 5 will ich schon alleine für mein 1 Team wieder aufgeben, was ich gerade hab. Ja, 1 brauche ich für die 1 Attacke, die hierbei prägt, muss. Weil sie es uns nicht entwickelt. Ja, bitte. Ja? Mit dem bringst du jetzt noch die 1 Attacke bei einem Minus. Oh, das tut weh, so viel Herzschirken auszugeben. Wie geht das? So. Wann ler... ich guck mal ob der das noch lernt, ich glaub aber nicht. Lernst du noch was? Das muss ich jetzt mal gucken. Lernst du noch ne Kampfattacke? Wow. Ach man, dann wird dieser Part wieder gar nicht mal so spannend, aber... Muss halt auch sein. Ah, wir haben ja noch ne Kampfattacke. Level 40, okay, da warte ich noch. Wo bin ich denn nicht bei? Bist du denn? Wo ist denn? Lernst du noch? Das gefällt mir. Zeit. Ich bin ausgerüstet. Wir können denn morgen noch. Ach komm, ja genau, lass einfach ins Moor, ich guck dann... Dazu muss ich ja auch nicht groß groß groß. Warte mal, ich will dir noch mein schönes... Mein Team ist hier zu zeigen, so. Oh ne, ich merk grad. Okay. Dass mein Team schon wieder richtig... verschieden gelevelt ist. So wie das aussieht. Kommst du? Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt hier. Aufm Weg nach oben. Oh, wie sieht das nicht cool aus. Ja. Wie der läuft. Hier ist ein Glipponkelfeld... Foto... Dings. Warte mal, ich glaub wir müssen den ansprechen, der hier ist. Oder was macht der? Boah, ich wart schon ewig auf das Paket. Das kann ja nicht wahr sein. Bla bla bla. Okay. Nein! Ach, du hast kein Geld mehr. So. Hier sind die Safari-Bälle. Ach, das war ja... Genau, ich mochte das. Weil hier gab's ne Bimmelbahn. Oh, Fle... Flöri. Oh, ich liebe die Safari-Zugmusik. Jetzt hab ich nicht wirklich zu viel Geld ausgegeben. Ich glaub's nicht. Verkauf doch ein bisschen, wie geht das? Ja, ich guck grad auf. Ja, ich hab nichts gesagt, ja. Okay. Aber hier gab's diese Bimmelbahn, mit der man immer durch die verschiedenen Bereiche fahren konnte. Ich glaube, du musst dir jetzt notfalls nochmal angucken, genau in welchen Bereich es dein Pokémon gibt, weil... Das kommt nicht in jeden Bereich vor. Doch. Nein, kommt's nicht. Doch. Okay, du kannst gerne nachgucken, aber ich bin mir sicher nicht. Super. Ach, ich will aber nicht. Was musst du nachgucken? Ähhhhhhhhh. Oder wir machen's. Wir zeigen euch das ab. Dann starte mich dann. Voll. Gelbstücke halten. Wo bist du? Ganz am Anfang noch. Ich bin grad auf reingegangen. Oh, warte mal. Ich hab da ein Item. Wir gehen aber links rum. Wo war das Item? Ja, das ist Vibe da, ja. Oder der Mann, weil's auch immer das ist. Der mit die grünen Hand? Ja. Gab's den nicht auf wen, der hatte ne... Was? Kann das anders sein, oder? Da kommt man doch nicht in den Rad durch. Da kommt man nicht alles abschieben, ne? Oh. Ist der richtig präm? Oh mein Gott, ey. Oh. Ähm. Da gibt's nichts. Oh. Wie geht's los? Ein Morlord, das ist cool. Ach stimmt, das glaubst du ja auch. Ich mag Morlord. Nee. Nee. Wenn ich's als erstes antriffe, dann geh' ich zu. Oh Gott, wie tief was. Da ist ein Item. Oh, ich komme. Oh. Ich komme. Immer nach oben. Immer nördlich. Und ein Superball. Bin unterwegs. Wolltest du denn Pokémon Futter zu werden? Schmecken wir Hammer mit Matsch. Hast du überhaupt verschreckt? Alles euch dann. Die werden zutraulicher, wenn man ihnen Futter gegenschmeißt und Matsch, dass sie verschwinden. Nee. Aber die werden... Kann sie ja wahrscheinlich erfangen. Dann geht's nicht weiter. Aber der kann auch gar nicht so wissen. Okay, jetzt kommt's. Hier ist es! Nein. Soll ich das jetzt fangen? Oder willst du das? Tentara... Nicht Tentara. Wie heißt du denn das? Tangela, so. Nee, nee. Ich suche mir das mal selber. Also ich versuch's ja zu fangen. Oh, es ist... Nicht... Ist wahrlich. Es hat zweimal Blumen gemacht. Dann ist geflüchtet. Tschüss. Meryl. Ja stimmt, die können ja flüchten. Ist das nervig. Ich bin froh, dass du nichts von ihr haben musst. Ich komme. Aber man hat ja nur eine bestimmte Schlittanzeige. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich hab noch 366. Du kannst hier unten bleiben. Ich guck weiter auf den Schuh. Weil da unten gibt's es den. Da ist es! Oh ne, ich hab noch gar keinen Spitznamen. Ohngeber. Ein Frosch aus dem Anime. Oder Serie. Ich hab's. Erster Ball. Ich glaub, der mag mich. Ist das Geschlecht? Männlich. Oh, ein Frosch? Ja. Riesenwelten. Den ich meine. Ich hab's wahrscheinlich mitnehmen wollen. One Piece. Ja. Das war ein Sumo Frosch. Was hat denn der für Attacke? Der Sumo Frosch. Genau. Hier ist eine. Oh, dabei. Ohhhh. Das ist eine lame. Idem. Ohhhh. Eine coole Attacke hat er schon mal. Giftteam oder was? Nee. Gibt's hat er gar nichts. Gibt's nur für coole Attacke. So, Ableitieb kann er noch lernen. Da, bitteschön. Ja, das hab ich mal mal beigebracht. Erdbeben. Schaufler. Find ich ja. Na gut. Ach, bitte fahrs. Bitte fahrs. Kommen schon wieder zwei Sachen auf Sand. Ne, was ist das denn? Ne, da sind dir das. Ach, die Bunkel. Ich mag dich. Ohn Yanma. Das ist auch voll selten. Kann ich aber nicht. Kannst ja nicht fliegen. Sonst hätte ich dich vielleicht... Oh nein. Alter, was ist denn das? Ich brauch Giftattacken. Ah, das will ich. Apropos Stück. Ach süß. Sehr gut. Die Bunkersbegleiter. Wo bist denn du jetzt lang gegangen? Ich bin jetzt wieder am Anfang. Okay. Unten, rechts, am Anfang. Bist du über die Schienen gelaufen? Ja, ich bin über die Schienen gelaufen. So, jetzt geh ich in Areal 4. Welches war das noch? War das ganz oben rechts? Ja, im falschen Fall. Dann bist du ja da oben rechts. Hallo. Großmoreal 3. Mein Knirspiel. Guck mal da nicht nach oben. Da oben gehts noch nicht weiter, oder? Entwickelt sich nicht sogar mein Vieh gleich? Nein. Hier gehts nicht weiter. Äh. Hä? Ich weiß es gar nicht. Aber so spät war das glaube ich gar nicht. Ne, irgendwas mit 30. Ich glaube. Oh, ich glaube das... Ähm. 37. Ich denke ich darf. Immer ist okay. 37. Das 7 Level ist lang. Hab ich noch nie gewunken. Ah, jetzt kann ich auch noch Areal 6. Okay. Nein! Areal 6 ist falsch. Frage, wie hast du so schnell deine Schritte aufgebaut? Hab ich doch gar nicht. Ach so. Ich hab noch ganz viele. 121 hab ich noch. Bist du jetzt runter gegangen, oder? Ne, ne. Ich bin jetzt noch ganz oben. Aber ich komm irgendwie... Doch jetzt komm ich hin. Bist du eben nach rechts gelaufen, oder? Nach runden. Rechts. Rechts. Und dann rechts wieder zum Anfang. Bin ich aber oben rechts. Äh, oben links. Mein Baby ist da. Hui. Ich schaff das aber wahrscheinlich nicht. Mit einmal. Na, wird ein XXL-Part. Wie jeder andere auch. Naja, nicht einer. Nein, nicht nochmal. Oh, ist das nervig. Ich brauch Zahnstarre. Ich hab grad gedacht, du brauchst... Ah, das hätte ich auch das Team nicht können. Okay. Ach, Pionscore. Ein Purpur-Stück. Ja, das genau. Und jetzt bin ich oben links. Das müsste Areal 1 oder 2 sein. Ich schaff das aber nicht. Ey, wie bist du denn nach oben rechts gekommen? Hier geht's doch gar nicht weiter. Umliegen. Du kannst auch geschehen. Ja, trotzdem. Du musst in Areal 1. Das ist ganz, ganz oben. Jetzt los. Ich kann hier aber... Gar nicht nach oben. Ach so. Man kann hier fahren. Mit dem Megalocco. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, er wäre selbstbestimmt, wie... Mein Antibiose... Oh nein! Ich hab mein Glibunkel stehen lassen. Beendet. Das ist ja richtig fies. Die fahren aber auch ohne mein Glibunkel weiter. Da bist du ja. Ich bin die Pokobala. Nein, nicht in den Baum. Ich hab noch 10 Schritte. Nein! Da hab ich rausgeschmissen. So. Oh shit, ich muss den Schirm sagen oder noch anreden. Und noch mal. Ohhhh! Das ist auch ein cooles Pokémon. So. Ich schaff das jetzt unter 30 Minuten, diesen Pack zu finden. Hier ist ein Tropius. Komm schon! Areal 1. Ding, ding, ding. Ich mag diese Eisenbahnen. Das ist ja so cool. Diese... Nost-Teil. Die fahren aber ein bisschen schneller. Genau wie damals. Genau so war ich damals auch. Och ne. Oh ne Scheiße. Ich glaub ich's ganz knapp nicht zu dem Pokéball oder so. Ich sag's ja. Wenn mir auch. Nein! Komm schon. Eine Minute. Och neiii. Wie geht Morot. Wow, zwei Schritte haben gefehlt. Lass mich doch, ich will den Pappen. Ich will das mal weg. Alter, jetzt ist... Das macht ihr extra. Ja. Ich glaub das ist ja auch nicht. 50 Sekunden. Brauch Giftsieb. Indigo Stück. Ach, diese Stücke, die interessier mich nicht. Ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck vom Postman so bekommen durch uns. User in your channel timed out. Mit diesem Item verabschieden wir uns auf jeden Fall auf jeden Fall und wir schalten dann nächstes Mal wieder ein. Da heißt es Agenda Time. Also, bis dann und tschau. Tschüss.